Jo, Entschuldigung. Bist du nicht der Drachen-Gott? Wann bin ich der Drachen-Gott? Was habe ich mit dem Drachen-Gott zu tun? Nein, kennst du ihn nicht? Das ist auch Fuß-Kalli. Und wenn du meinst, du bist das die Verarschung, Junge, dann guckt man genau hinter dir, hinter dir sind noch andere Leute. Die filmen euch. Kenn ich nicht. Die filmen euch. Erzähl mal, wer ist das?